Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren Ausgabe One Piece Gegner Check. Dieses Mal mit einem weiteren Kaiser-Kommandanten eine Katastrophe, ein Allstar der Bestienpiraten und zwar Jack die Dürre. Den Beinamen hat er übrigens dadurch bekommen, dass meistens er auf dem Schlachtfeld eine Dürre hinterlässt, dass er quasi alles zerstört und nichts lebt mehr, nachdem er dort gewesen ist. Wir haben es ja beispielsweise auch so gesehen, bei den Minks, er hat ja auch komplett die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt, hat ja Koro eingesetzt, um die ganzen Minks ja zu vergiften und um am Ende Inuarashi und Nekuma Muschi klein zu kriegen. Und es ist eigentlich ein richtig cooler Charakter, der aber in den letzten Jahren sehr viel Kritik einstecken musste, weil er ja die ein oder andere Attacke einstecken musste und ich finde das ein bisschen ungerecht, ungerecht, denn spulen wir mal ein paar Jahre zurück, wir sind im Zoo-Arc, wir lernen das erste Mal Jack kennen. Und damals zu diesem Zeitpunkt war er der Charakter mit dem höchsten bekannten Kopfgeld in der Welt von One Piece. Und gerade dann, als wir die ersten anderen Kaiser-Kommandanten-Kopfgelder bekommen haben, wie das von Cracker oder das von Smoothie, ja da wurde Jack nochmal ein bisschen mehr hochgehypt, weil er halt ein höheres Kopfgeld hatte als diese und wir dachten ja auch natürlich, er sei der schwächste der Kaiser-Kommandanten bei Kaido. Darüber werden wir auch noch diskutieren, komme ich gleich dazu. Zuvor muss man dann einfach sagen, er wurde dann abgesägt von eben natürlich Katakuri, dann von Ruffy, der ein riesiges, großes Kopfgeld hatte, dann kamen die Kaiser, die natürlich ein krasses Kopfgeld hatten, aber wenn wir jetzt nur nach den bekannten Kopfgeldern gehen, dann ist Jack immer noch in den Top 10 und selbst wenn jetzt das Kopfgeld von King in den nächsten Kapiteln enthüllt werden sollte, bleibt er immer noch in den Top 10 und ist immer noch nicht auf dem letzten Platz. Da merkt ihr, dass es gar nicht so viele bekannte und aktive Leute, geht natürlich nach den aktiven Kopfgeldern, gibt in der Welt von One Piece. Ja, ich schätze noch, dass Mihock über ihm sein wird und ich möchte natürlich auch den Disclaimer setzen, ein Kopfgeld alleine macht noch nicht die komplette Stärke eines Charakters aus. Es ist ein Indikator, aber nicht der Indikator, und gerade da wir Jack als jemanden kennengelernt haben, der sehr gewalttätig ist, der eine kurze Zündschnur hat, der auch gerne mal ja spontan reagiert auf Sachen und sich auch eigentlich nicht kleinkriegen lässt, kann man natürlich sagen, dass das Kopfgeld vielleicht an der Stelle ein bisschen übertrieben ist und 100, vielleicht 200 Millionen Barry weniger hätten es auch getan, aber ich möchte diesen Charakter nicht schlechtreden, wie das vielleicht an manche Leute machen, weil er halt ein bisschen einstecken musste und das im wahrsten Sinne des Wortes, gerade dieser Angriff von Azura Doji, der Jack hier am Bauch aufgeschlitzt hatte, haben viele Leute Jack rumgenommen und ihn ein bisschen schlecht geredet, wobei man halt auch sagen muss, Azura Doji hat sich am Ende Kaido gestellt, da hatte er natürlich auch keine Chance, aber das war schon eigentlich ein krasserer Charakter. Und wenn man sich mal so ein bisschen die Kämpfe ansieht, die Jack bisher getan hat, und das waren nicht wenige, fangen wir mal an mit so, dass er über einige Tage hinweg gegen Nekomamushi und Inuarashi, was ja auch starke Charaktere sind, gekämpft hat im Wechsel, ja, die haben abwechselnd zwölf Stunden geschlafen, zwölf Stunden gekämpft, Jack stand da und hat weitergekämpft und es waren Unschieden am Ende, dass er so dann Koro eingesetzt hat und sich dann halt mit einem Hilfsmittel den Sieg gegen die beiden gesichert hat, aber das widerspricht trotzdem nicht, dass er dann irgendwie ein schwacher Kerl wäre oder so etwas und vielleicht hat er auch da nicht 100% gegeben, weil wir damals ja auch nicht irgendwie die Hybridform gesehen haben, aber es war halt auch einfach ein Offscreen-Kampf, da kann man halt auch wirklich nur rein spekulieren. Und ich vermute einmal, hier haben wir das grundlegende Problem über die Meinung von Jack, dass wir halt kaum etwas gesehen haben, sondern das im Nachhinein nur in Textform erfahren haben und das haben vielleicht einige sogar schon wieder verdrängt oder wissen es nicht mehr ganz genau, es ist ja auch schon einige Jahre her, dass wir eben so arg gewesen sind oder am Anfang von Wano Kuni, Wano Kuni geht ja inzwischen drei Jahre lang, da kann ja die ein oder andere Information ein bisschen wegdroppen, aber kommen wir mal eben zu diesem Punkt, erstens einmal, Jack ist absolut treu zu Kaido und das ist wirklich eine Besonderheit in der Bestienpiraten, gerade wo wir sehen, dass hier die Pleasures und die Waiters die Seiten wechseln, dass die Gifters, okay, gezwungenermaßen durch die Kibidango die Seiten wechseln, aber deren Untergebene wechseln auch auf einmal die Seite und auch die Topiropo scheinen ja nicht so treu zu sein zu Kaido, aber die Katastrophen sind ihm halt treu, das sind seine handverlesenen Leute, um die macht er sich auch Sorgen, also mehr Sorgen als um seine eigene Tochter Yamato, hat er sich um Jack gemacht, wo ihm wirklich gesagt wurde, du hast super gekämpft, ja, das ist einer meiner Handverlesenen, der darf nicht sterben, ruh dich aus, komm später wieder, ein bisschen übertragener sind, es war nicht im Wortlaut genau so, aber er hat halt gesagt, zieh dich zurück und er kam aber trotzdem wieder und stellt sich jetzt Inuarashi und ich habe nicht das Gefühl, dass Inuarashi ihn besiegen kann, ich habe es ja vorhin schon gesagt, er hat ihn damals nicht besiegt, als beide auf 100% waren und er sich immer wieder ausruhen konnte, jetzt sind beide mehr oder weniger verletzt, da sehe ich halt auch irgendwie keine Chance und Jack ist jetzt in der Phase, weil wir so wenig von ihm und seinen Kämpfen gesehen haben, dass er jetzt halt mal ernst macht, ja, die Hybridform muss jetzt kommen und die ist wahrscheinlich Inuarashi absolut überlegen, weshalb ich auch später noch bei der Auswahl der Gegner darauf kommen werde, aber schauen wir uns mal noch ein paar andere vergangene Kämpfe an, er wurde von Kaido losgeschickt und wurde gesagt zu ihm, befreie Doflamingo, er wurde festgenommen auf Tressrosa, er wird mit vier Kriegsschiffen der Marine weggebracht, Leute, bei einem Buster Call werden zehn Kriegsschiffe hingeschickt, mit Vize-Admirälen und Admiral, um eine Insel zu zerstören, hier haben wir vier Kriegsschiffe, das sind nicht diese kleinen Marine-Schiffe, sondern das sind wirklich die Powerhouse-Schiffe von der Marine und da waren jetzt auch keine No-Names drauf, da hatten wir einen Sengoku drauf, da hatten wir einen Fujitora drauf, da hatten wir eine Zuru drauf, die zum oberen Level der Vize-Admiräle gehört und es wurde auf dem Wasser gekämpft und was hat Jack erreicht? Er hat zwei dieser Kriegsschiffe versenkt und als er zurückkam, hat er ein paar Verletzungen gehabt, Ja, es ist ihm nicht gelungen, Doflamingo zu befreien, wie auch bei einer solchen Gegenmacht, er hatte ja als Verbündete jetzt auch nicht gerade die krassesten dabei, zwei Gifters mit Jin Rumi und Sheepshead, aber die waren ja auch nicht ganz krass, die kamen ja auch gar nicht mehr dazu und Jack hat sie ja selbst auch so ein bisschen bestraft dafür, dass sie da ein bisschen gescheitert sind und auf dem Meer zu kämpfen ist für den Teufelsrud-Nutzer natürlich auch immer nicht so das Wahre, vor allem wenn man halt ein physischer Brawler ist, so würde ich ihn mal bezeichnen, er kommt ja auch über seine Teufelsfrucht, da hast du halt nicht so gute Chancen auf dem Meer, während du halt dann gegen jemanden mit einer Gravitationsfrucht und dieser Buddha-Frucht, die diese Schallwellen erzeugen kann, kämpfen musst und auch die Wäsche-Frucht, also das ist ein bisschen schwierig, den kannst du eigentlich gar nicht gewinnen, aber es zeigt halt seine Treue zu Kaido, sein Wunsch ist sein Befehl, er muss es tun, ja, egal was passiert und das hat er immer wieder getan. Und dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Kampf, zum einen natürlich der von Azura Doji, er überrascht ihn, er schlitzt ihn auf, Jack steht da wie in einer Eins im Grunde, dieser Schmerz macht ihm nicht viel und die Leute denken halt, er wäre jetzt schwach. Der Kampf wird direkt abgebrochen, also den kann man eigentlich gar nicht bewerten. Kommen wir dann zu dem wichtigeren Kampf, nämlich den Kampf gegen die Minks, gegen alle Kämpfer-Minks, nicht diese Dörfler-Minks, die sind alle zurückgeblieben und auch nicht die Arzt-Truppen, die waren ja ganz woanders zu dem Zeitpunkt, sondern das waren die Kämpfer-Minks und die Musketiere und die drei von Nekomamushi, die Guardians. Das waren die krasseren der Minks, alle in ihrer Salonform, er hat sie alle besiegt. Bis auf Nekomamushi und Inuarashi, gleichzeitig in ihrer Salonform, die waren zu krass für ihn. Aber ich denke mal, nach so vielen krassen Typen, die er weggehauen hat, kommen nochmal ein paar krassere, es wird irgendwann halt zu viel, irgendwann kannst du das gar nicht mehr stoppen, weshalb man ihm auch hier keinen Vorwurf machen kann, aber er hat gut gekämpft und jetzt ist er wieder da. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo er wieder da ist und er wieder halt zum Gegner wird und die Frage halt, ob Inuarashi ihn besiegen kann, die beantworten wir am Ende. Schauen wir erstmal bei Jack darauf, was er denn überhaupt kann. Jack wurde mittlerweile bestätigt, Rüstungshaki und Observationshaki und wie schon bei den anderen Katastrophen, sage ich natürlich klar, hier ist das Rüstungshaki deutlich weiter ausgeprägt als das Observationshaki. Wir haben es ja auch gesehen im Kampf gegen Azura Doji, er hat sich überraschen lassen, wobei ihm das halt irgendwo auch egal ist bei einer gewissen Stärke des Gegners. Du verletzt ihn zwar, aber es kümmert ihn halt nicht. Ja, er hat diese erhöhte Regeneration, er hat diese erhöhte Ausdauer, weil er eben ein Soan-Nutzer ist, weil er ein antiker Soan-Nutzer ist, der vielleicht sogar erwacht ist. Also gerade im Bereich der Katastrophen und ihren antiken Soan-Früchten habe ich sehr das Gefühl, dass wir hier erweckte Soan-Früchte haben und das steigert das Ganze noch einmal und multipliziert sich noch einmal, während wir halt als aktuellen Gegner nur Rashi haben, der halt nur ein Mink ist. Ja, ein starker Mink, aber er ist halt nur ein Mink und da sind wir ja auch schon bei der Teufelsfrucht von Jack. Er hat die Mammutfrucht, also ein Tier, was ich sowieso ein bisschen als Tank identifizieren lassen würde, würde ich aber auch bei einem normalen Elefanten tun und es ist ein krasses Tier. Muss man dazu sagen, vielleicht nicht für den Angriff, aber gerade um Stand zu halten und das war schon immer Jacks große Stärke und er wird das ausnutzen und ich hoffe, wir sehen bald die Hybridform von ihm, wo er nochmal ein bisschen krasser ist, wo man vielleicht auch sieht, dass das eine Angriffsform ist, weil, muss man mal ganz ehrlich zugeben, die Mammutform ist halt jetzt natürlich für Anstürme gut geeignet, wenn er mit seinen Stoßzähnen zuschlagen kann, aber so wirklich ist es halt eher so eine Verteidigungsform und seine normale Menschenform ist halt eher so seine Angriffsform. Wir haben ja auch gesehen, er zieht diese beiden Schotel, diese beiden Schwerter, er kann damit definitiv umgehen und stellt euch das jetzt einfach mal in der Hybridform vor. Das ist natürlich wahrscheinlich nochmal ein bisschen krasser, wo er vielleicht mit dem Rüssel noch ein drittes Schwert tragen kann. Er hat selber so einen eigenen Drei-Schwerter-Stil, könnte ich mir eigentlich sehr witzig vorstellen, aber vielleicht hat er auch noch so ein paar versteckte Gimmicks, wie es eben bei Queen gewesen ist, wobei wir müssen natürlich sagen, Queen ist ein Cyborg und Jack ist halt eher so ein bisschen in die andere Richtung, aber wer weiß, vielleicht hat er dann seine Hybridform, seine Stoßzähne an anderen Stellen und kann damit noch zustoßen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, Inuarashi, das wird wohl nichts werden, auch wenn man jetzt davon ausgehen soll, dass der das übernimmt, jetzt wo die Gifters die Seiten gewechselt haben. Na ja, na ja. Was kann man am Ende noch zu seinen Stärken und seinen Schwächen sagen? Wie schon am Anfang gesagt, Rüstungshaki wird wohl seine stärkste Stärke sein, abgesehen von seiner Teufelsfrucht. Observationshaki, sehr, sehr schwach. Königshaki schließt sich komplett aus. Das macht auch vom Namen absolut keinen Sinn, dass man hier ein Foreshadowing hat oder so etwas und er ist auch nicht der Typ dafür. Und ja, weitere Fähigkeiten hat er nicht. Er hat natürlich noch die Befehlsgewalt über die Animal Kingdom Piraten, über die Bestien Piraten, aber was ist das noch wert? Nachdem wir jetzt alle irgendwie die Seiten wechseln, ist das absolut nichts wert und im Kampf 1 gegen 1 wird ihm das auch nichts bringen, aber er ist sehr intelligent und er ist auch sehr ehrlich, muss man dazu sagen. Das hat man gerade im Kampf gegen Inuarashi zur Zeit schon gesehen, wo er gesagt hat, ja, ihr kämpft gegen mehrere. Natürlich nehmen wir diesen Vorteil an. Das heißt, er hat ein gewisses Geschick im Kampf und sucht seine Vorteile. Und wir haben immer noch diese Giftgaswaffe Koro, die er deutlich noch einmal einsetzen kann oder vielleicht sogar andere Bewaffnung von Caesar Crone bekommen hat oder vielleicht sogar von Queen, wobei das eher weniger wahrscheinlich ist, weil ja Queen und King sich immer über ihn lustig gemacht haben, wobei auch gerade diese Szene für mich immer irgendwie sagt, naja, vielleicht ist Jack doch viel stärker als die anderen beiden und hat das einfach noch nicht gezeigt und ist halt irgendwie mehr oder weniger das Nesthäkchen von Kaido, denn er ist ja mindestens schon seit seinem 8. Lebensjahr dort und er ist ein Fischmensch. Vergessen wir das auch nicht. Das heißt, er ist ja von Geburt an eigentlich schon 10 Mal stärker als ein normaler Mensch. So wurde das zumindest von Alon damals erklärt. Wird wahrscheinlich nicht auf jeden Fischmensch eintreffen. Die sind ja alle ein bisschen individuell, aber bei Jack kann ich mir das deutlich vorstellen, dass der als Kind schon ein bisschen krasser war als normale Menschenkinder oder vielleicht sogar Erwachsene, auch wenn nicht vielleicht sogar wie 10 Erwachsene. Und man darf auch nicht vergessen, alles was Jack wahrscheinlich über das Kämpfen gelernt hat, hat er von Kaido gelernt. Und das würde ich jetzt nicht mal als schlechten Trainer ansehen. Also Jack, definitiv nochmal eine Hürde, mit der man rechnen muss und deswegen kommen wir jetzt zu denen, die ihn besiegen können. Ich habe ja schon gesagt, Inuarashi, ich glaube nicht wirklich dran. Auf den ersten Blick dachte ich, okay, Inuarashi, Jack, das macht irgendwie wohl Sinn. Ja, er wird ihn jetzt besiegen. Wenn jetzt Nekomamushi noch da wäre und die beiden kämpfen jetzt nochmal gegen Jack, dass man nochmal quasi denselben Kampf hat, den man quasi schon auf So gehabt hat, den man quasi schon in der Solong-Form gehabt hat. Wenn Inuarashi sich natürlich nochmal in die Solong-Form verwandeln kann, ist das natürlich wieder eine neue Rolle. Ob er das kann, weiß man natürlich nicht. Vielleicht geht er dann auch all out. Da hat ja Carrot auch schon einige Andeutungen gemacht im Whole Cake Island Arc, dass Minks manchmal dort all out gehen und dann halt gar nichts mehr können danach. Da sind die fertig und wenn sie ihren Gegner nicht besiegt haben oder halt noch Gegner übrig sind, dann sind sie halt ja gefundenes Fressen. Im wahrsten Sinne des Wortes und werden dann halt auch einfach schnell getötet oder sterben alleine schon an dieser Erschöpfung. Das könnte natürlich auch so eine Möglichkeit sein, aber auch wahrscheinlich die einzige, die ich bei Inuarashi sehe. Was ich nämlich eher sehe und das ist der Punkt, was halt gegen vieles spricht, dass der den Kampf gewinnen kann. Wir haben zum einen die roten Schwertscheine, die jetzt so nacheinander ausgeschaltet, vielleicht sogar getötet werden. Kinemon, Ashura Dochi, Okiku, die mussten sich schon geschlagen geben und da ist es nicht unwahrscheinlich, dass halt eben auch Inuarashi sich geschlagen geben muss und vielleicht sogar Nekomamushi gegen Peros Pero und gerade weil er dort alleine steht und natürlich hat er jetzt die Gifters vom Hals, die vielleicht jetzt sogar ein bisschen Jack attackieren, aber was haben die eine Chance gegen einen Jack? Die räumt er aus dem Weg, dann ist das ein Eins-gegen-eins-Kampf, Jack hat die Regeneration, Inuarashi ist nur ein Mink, der hat diese Regeneration eben nicht und auf einem langen Kampf gesehen kann er diesen Kampf nicht gewinnen. Könnte bedeuten, dass wir vielleicht noch einen Strut bekommen, der gegen ihn kämpft. Ich habe da auch eine kleine Theorie, was die drei Katastrophen von Kaido betrifft und wie das nach dem Arc auch Sinn macht, aber kommen wir erst einmal zu Zoro. Zoro wird gerade wieder aufgepäppelt und für eine kurze Zeit kann er wieder höchstwahrscheinlich genauso kämpfen, wie er normalerweise kämpft, danach bekommt er den doppelten Schaden. Wir gehen natürlich jetzt alle davon aus, er wird einen richtigen Big Top bekommen wie King vielleicht, der höchstwahrscheinlich noch auf 100% ist und ich würde Zoro definitiv zutrauen, dass er King besiegt, aber es kann natürlich auch sein, dass Oda sich so entscheidet und sagt, naja Zoro ist halt auch, wenn er jetzt wieder fit gemacht wird, immer noch nicht auf 100%, dann gebe ich ihm halt eher jemanden wie Jack und vor ein paar Jahren, ich habe es am Anfang ja gesagt, hätten die Leuten das abgefeiert, denn das war dann auch so ein Teil dieser Jack-Hype-Mania, dass sie gesagt haben, das muss der Gegner von Zoro sein, das muss der Gegner von Zoro sein, er hat diese Schotel, er ist ein Schwertkämpfer, das muss einfach so sein, das passt wie die Faust aufs Auge und ich muss ganz ehrlich sagen, die Möglichkeit besteht, ich glaube aber auch nicht so wirklich dran, ja, aber die Möglichkeit müssen wir halt vollständigkeitshalber aufzählen, denn jetzt komme ich zu meiner kleinen Katastrophentheorie, was auch für den, ja, die Zukunft nach dem Wano Kuniak entscheidend sein kann. Wir haben ja einen aufstrebenden Kaiser mit Ruffy, manche nennen ihn ja sogar schon den 5. Kaiser, aber das ist ja mehr so ein bisschen von der Presse aufgeheißt worden und was braucht natürlich ein Kaiser, wenn er ein Kaiser ist, er braucht Kaiser-Kommandanten und viele haben natürlich schon die Theorie, das wird natürlich das neue Monster-Trio, Ruffy kommt raus, Jinbei joint diesen Monster-Trio und mit Sanji und Zoro zusammen sind das dann seine Kaiser-Kommandanten und hier könnte man eigentlich im Grunde ein perfektes Exempel schon statuieren bei Kaido und zwar Jinbei übernimmt Jack, da gab es ja auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder Gerüchte, wobei man da nicht so wirklich gute Quellen findet, deswegen nehme ich das mal auch nur als vages Gerücht, dass Jinbei als Fischmensch gegen den Fischmensch Jack kämpft und da Jinbei ja gerade gegen Huizhu gekämpft hat, er musste ein bisschen was einstecken, aber im Groben und Ganzen war er ihm absolut überlegen, könnte jetzt Jinbei von Inuarashi eben Jack übernehmen und macht ihn dann fertig. Dann hätten wir mit Jinbei derjenigen, der den drittschwächtesten oder halt ja die Nummer 3 von einer anderen Kaiser-Crew besiegt hat, was die Kaiser-Kommandanten anbetrifft. Wir haben Sanji aktuell, der gegen Queen kämpft, was irgendwie dann auch Sinn macht, der zweitstärkste Kaiser-Kommandant gegen den zweitstärksten Kaiser-Kommandanten dann von Ruffy und Zoro übernimmt King. Und dann hätte man hier schon irgendwie so ein Foreshadowing darauf, dass Ruffy, der am Ende des Arks höchstwahrscheinlich Kaido besiegt hat, wie auch immer, darum soll es in dem Video nicht gehen, dann den Kaiser-Status hat und seine 3 Kaiser-Kommandanten haben die 3 Kaiser-Kommandanten von Kaido besiegt. Und besser kann es ja eigentlich irgendwie nicht kommen, das klingt für mich eigentlich zu richtig und zu schön, um wahr zu sein und deswegen ist das meine Hoffnung, dass es am Ende so ausgeht und deswegen ist meine Meinung, Jinbei gegen Jack am Ende könnte ein richtig cooler, interessanter Kampf werden. Viel interessanter als bei Inuarashi, er ist ja eh nur streng genommen so ein bisschen Nebencharakter. Der soll besiegt werden, der soll überleben am besten, ja, der soll sich natürlich dann nach dem Arc wieder mit Nikomamushi komplett anfreunden, dass sie wieder so Best Buddies sind, wie sie als Kinder gewesen sind und dann passt das alles und er soll ein bisschen Wano Kuni wieder beim Wiederaufbau unterstützen. Würde ich viel besser finden und Jinbei macht die Sache klar, er hat ein bisschen was eingesteckt, Jack hat ein bisschen was eingesteckt, aber wenn du richtig krasse Techniken brauchst, wenn du krasses Haki brauchst, wir haben es gerade bei Jinbei gegen Husu gesehen und Jinbei jetzt aus der Story rauszunehmen, weil man sagt, er hat seinen Kampf gehabt, wäre für mich ein bisschen Verschwendung und er ist ein neuer Strohhut, der kann ruhig mal halt zwei Big-Nummern von einem anderen Kaiser auslocken. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir natürlich auch eure Meinung zu Jack die Dürre in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Format Gegnerjack gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Gegnerjacks und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Ich sage Ade!